Vor der ersten Anwendung muss der Dosiertropfer vorbereitet werden. Hierzu ist die Flaschenöffnung nach unten zu richten und durch Druck auf die Fingerauflage zu pumpen, bis ein Tropfen austritt. Nach weiteren sieben Pumpstößen ist der Tropfer einsatzbereit. Bei den weiteren Anwendungen ist der Dosiertropfer sofort gebrauchsfertig. Vor der Anwendung die Nase des Kindes gründlich reinigen. Die Anwendung sollte beim liegenden Kind mit leicht zur Seite geneigtem Kopf erfolgen. Hierbei den Dosiertropfer von oben direkt vor das untere Nasenloch halten und einen Tropfen einträufeln. Es sollte vermieden werden, den Dosiertropfer in das Nasenloch einzuführen. Danach den Tropfen kurz einwirken lassen. Zur Behandlung des anderen Nasenloches den Kopf des Kindes leicht zur anderen Seite drehen und den Vorgang an dem jetzt unteren Nasenloch wiederholen. Den Tropfen nach Gebrauch mit einem sauberen Tuch reinigen und die Schutzkappe wieder auf die Flasche aufsetzen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Das war's für? ð